hallo und herzlich willkommen zu minecraft dream team ja mit facecam ich mache jedes mal wieder mit das ist cringe ich habe mir jetzt vorgenommen einen shop am sporn zu bauen aber ich bin mir sicher ob ich das mit schwarz holz gut oder mit eichholz aber ich denke manchmal zu machst mit schwarz holz aber dafür müssten sowieso noch mal mal ein bisschen farmen gehen braune wolle ja das könnte auch noch mal die können auch noch mal verbauen so ein bisschen als kleinen weg oder also so eine art weg ging und es ist schon wieder abend deswegen würde ich mal sagen dass wir gleich hier noch mal schlafen und wir sehen uns keine ahnung was bauen klar erinnerung ich habe sie und ich kenne noch meine tools hier gut dass ich da jetzt endlich mal meine vier meine vier meine drei fleischigkeit fleischigkeiten auch genannt tempo einfach mal außerhalb dieses radios er und das schwarz holz wunderbar dann werde ich meine time jetzt mal kurz einblenden wie ich jetzt mal das hier aber mal außerhalb Untertitelung des ZDF, 2020 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 Scheiße. Komm, Alter. Gib mir hier so zierig auf den Sack hier. Ey. Oh, zieh da um hier. Sack. Also man bekommt bei mir etwas Bestimmtes als eine Art Währung bei meinem Shop. Und nur mit dieser Währung kann man sozusagen, ähm, kann man da bei mir einkaufen so, ne? Und, ähm, diese Währung, ähm, die war eigentlich geplant bei Minecraft Tower, was ja jetzt nicht mehr gemacht werden kann. Ähm. Oh, ihr seht wahrscheinlich null, ne? Scheiße. Warte mal. Oh, oh. Ich hätte doch einen Kack-Creeper, oder? Ich hab's doch gewusst, dass diese Drecksviecher schon wieder zu mir kommen. So. Erstmal schnell die Grafikeinstellung. Der Kack-Tag. Meine Fresse. So. Ne? So mit O. Super. Jetzt ist es auch endlich abgedeckt, so, ne? Ja, das sieht jetzt eigentlich nicht mehr so schlecht aus, wenn nicht. Nur das muss jetzt richtig gemacht werden, ne? Genau. Ups, falsch herum. Bumm. Super. Jetzt ist es richtig. Und jetzt mach ich hier. Genau hier. Mit O. Mit dem Bumms. Mach hier eine Fackel rein. Und damit es nicht so beschissen aussieht. Ups. Was sowieso tun wird. Ist eigentlich egal. Machen wir es so. Aber alles, was ich eigentlich baue, sieht eigentlich komplett bekackter. Komplett kacke aus. Aber na gut. Wen interessiert denn meine Bullshit, den ich hier laber? Richtig. Niemanden. Na gut. So, jetzt haben wir den Ausschau erledigt. Dann machen wir noch hier die Treppe hin. Super. Da kann ich ja schon mal das Dach hier anfangen, ne? Ja. 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 Ich habe meinen Fund gotter eingebaut. So. Wir gehen hier. Zack. Jetzt kann ich ja auch. Und somit ist der Laden fast fertig. Weil ich brauche noch Nämlich brauche ich jetzt noch. ich könnte auch bruchstein hier machen also den rest hier noch mit bruchstein so jetzt brauche ich jetzt nur noch zwei schilder und die crafte ich jetzt einfach mal ganz schnitt zusammenschein ich mich für heute verabschieden wenn es gefallen hat dann lasst du mal einen petten daumen hoch der seite abonniert meines kanals schaut bei den anderen vorbei dürfte ich eigentlich eine liste haben mit den leuten die dream team machen wenn nicht dann mache ich jetzt wahrscheinlich schaut auf jeden fall bei den anderen vorbei besonders bei seni ja die macht auch guten stil besonders dream team macht sie ganz gut und haut da rein und ciao leute so Untertitelung des ZDF für funk, 2017